Wir haben viel mehr gelb als blau. Ich sage auch nicht rot-blau, sondern blau-rot. Weil das überwiegt, wenn man zuerst. Okay, cool. Aiwan, du bist ja ein Spacken, ey. Nicht Spaß. Wenn er jetzt nicht safe eine Vorlage macht. Ich mach das nur, Mann. Ich? Ja. Ja, dann müssen wir uns anstrengen, ne? Ja. Du musst die drei Tor-Vorlagen machen. Das ist verkehrt, ne? Die drei Tor-Vorlagen machen. Der muss auch mal wieder happy werden, ne? Wo schießen hier? Den Team, das Team zum Sieg verleiht. Ich freu mich auf den Herbst. Ja, Nils. Warum? Weil FIFA rauskommt. Weil es eine schöne Jahreszeit ist. Ähm, jemand muss da nochmal ein neues suchen, weil ich kann nicht in die Aufstellung. Okay, cool. Danke. Ich mag das. Jetzt schreibt man denen wieder. Einladung kam. Warum nicht angenommen? Ja, ich... Äh... Ist der hier drin? Ja, nein. Also in den Aufstellung. Warum bist du nicht da? Komm mal nicht in die Aufstellung wieder. Ja, dann musst du... Ach... Komm mal. So, jetzt muss es gehen. Ja, danke. Was? Schmeiß dich gleich raus, ja? Was denn? Ja, nicht dich, Ronaldinho, die Katze, weil die gerade am Kabel gekaut hat. Ja, ich dachte, was hab ich denn jetzt gemacht? Lad nochmal ein. Aber wie Dennis es sofort wusste, er kennt das auch. Scheißviecher machen manchmal dumme Sachen. Ne, ich weiß, dass du halt Katzen hast. Ich glaub zwei. Was für die Katzen... Die haben dich schon mal gestresst. Ey, warum hast du denn die Katzen? Ja, die hat gerade einfach von meinem Headset-Kabel gekaut. Dann hau ich ihn auf den Arsch und dann guckt er mich so an, als ob er nichts getan hätte. Ja, ja. So, hä? Warum haust du mich? Weißt du, was ich denn mache? Was? Ich nehme meinen Penis und stecke den in den Arsch. Also, bei sowas, also bei sowas nehme ich Kugelschreiber, aber keine Genitalien. Ja, das ist ja so wie ein Rollschrauber. Klein und dünn. Entweder wirf es lang oder... Nein, ich wirf zu dir, ich wirf zu dir. Äh, sortiert das schon mal hier in der Abwehr. Wir werden ja gleich anfangen. Komm schon mal ein bisschen nach vorne. Was wir gleich mit der Linie abdruck machen. So. Was war das? Ich war gerade mit dem Tor. Ja, lass die paar Felsen machen. So. So, das ist ein Gelächter. Ja, nein, Kugelschreiber. Gut gemacht, der hat den Ball erobert. Ich hasse Banana-Kugeln, die zu spielen, ne? Vor allem den Silent Park, alter. Ja, Mann. Der ist stark. Der ist krass, alter. Der macht das, dass jeder Chance ein Tor. Ja, ich bin da, Leute. Da geht auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Jawohl. Das wird ein Eckball geben. Achso. Was? Ähm. Versuche, hier Rückraum zu decken. Ich helfe mal. Achso. Soll ich mittig bleiben, Leon? Naja. Bin lieber dabei, hier noch zu decken, weil Dennis zwei deckt. Ja, ich nehme hier mal den Elbepunkt. Einer von den Negern wird rein gehen. Irgendwo. Das gibt dir Abstoß. Wohl, Gerd. Hm, hm, hm. Gerd, Mann. Ja, wot. Ja, ja, regelt es. Gerd, Mann. Rrrr. Hm, blau. Blau, ja. Hm, hm. Ganz den Gegner sind blau. Dennis? Ja. Besser als konnte, ja. Aufrücken. Wir können wieder hoch ausrücken, ja. Kommt. Auf, Kackfrauen. Zu Reh. Ach, gerade Schiri gibt es abseits auf. Sie suchen die Lücke. Da schickt er den Mitspieler. Schön. Wieder hinten raus, ey. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Die Defensive steht. Schieß mal. Und er schießt. Nice. Dann geht er hin und kann den Schuss abwangen. Klasse, aufgepasst. Er hat den Ball. Gerade. Warum auch immer wurde ich mal gedeckt. Klar, gebt Einwurf. Ja, der hat mir gesehen, dass du hier voll on fire bist. Hm. Ihr könnt langkommen. Heck von Lahore. Guter Pass, schau mal an sie das Spiel breit. Jetzt haben sie den Ball verloren. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Halt jetzt seine Fresse von mir. Danke. Hm? Geht. Lach machen sollen. Na, irgendwie. Ich mach Gästchen. Ja! Ich mach Gästchen. Man erobert den Ball und dann schminkt der. Das ist Re. Mitnehmen. Meier. Wo? Okay. Links, der Fall. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Ich versuch's. Die gleicheinspektive. Boah, schön's denn. Das könnte gefährlich werden. Schade. Haben wir noch. Nein. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Nein. Hä? Wo ist das denn? Gebt mir die Chance. Habt ihr ruhig. Und jetzt haben sie die große Chance für Führung. Warum lass mal Kuro die Schmerzen ab so. Ach, lächerlich, Alter. Der schiebt sein Bein zum Schießen. Und fliegt auf die Fresse. Gleich mal ein Veto einlegen hier. Ja, ist halt FIFA, ne? Ja, traurig. Ja, traurig. Ja, traurig. Wenn du schießt und einer hat von hinten weg, nix, gar nix. Wenn du den Ball abnimmst, dann gibt's nicht mehr Schmetermann. Oh. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Robin. Ach so. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Ja, war gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da kommt der Schuss. Kopf, wir halten hier. Ronaldinho hat aufgehoben. Und ne gute Gelegenheit hier. Da kommt's alles noch drin hier in dem Game. Steck den oben. Steck den oben, steck den oben. Kommt jetzt. Ich mach hier den Elbon. Ich kann mich bewegen. Na ja, ich kann's irgendwo nachvollziehen. Sie haben das Spiel im Griff und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man's eben nicht probieren. Oh, das ist die Scheiße. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Ja, dass er da noch so easy im Pass in die Mitte bringt, da waren ja alle frei, oder? Hallo? Ja, wenn man halt zwei Führer da hat. Oh. Und da hat er's nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schüsstechnik. Alles klar? Für uns. Mit der Innenseite ins Netz. Das 2-0. Führung ausgeboten. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Klar war. Hm, stark. Ah, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Du hast im Internet. Kommt rechts durch. 3, 2, 1. Jetzt könnte's gefährlich werden. Kommt nicht alle von ab, wir sind so weit nach vorne. Ja, ich flanke. Gefährliche Flanke. Und dann scheiße. Oh, wo's bei ihm? Irgendjemand kurz? Ja. Erster, der ist der, der kriegt den Ball. Ja, der ist rot. Ach, schöne Idee. Ey! Schade. Ich dachte, du bist da durchstehend. Ja, hab ich auch gedacht. Den Ball holt er sich. Ja. Jetzt wird's gefährlich. Er zieht ab! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Hauptsamm geschossen. Nee, aus der Chance wird doch nix. Jetzt ist der Gegner am Ball. Da schießt er! Meine Güte, was ist das denn, Alter? Schade, weiter, komm! Gut aufgefasst vom Verteidiger. Lauf durch. Okay. Da trennt er ihn fair vom Ball. Lächerlich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da, counter. Ganz außen machen. Da geht er dazwischen. Ah, sorry. Ach, soo. Komm, aufdrücken. Hopp, 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 hopp. Mittelkreis. Oh, schade. So, da wird's angezeigt. Vier Minuten zusätzlich. Sehen wir noch. Woll. 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 Ah, orange. Soll ich Linie halben? Ja. Komm, Mittlinie. Abwehr. Geht's mir nicht völlig mit, wenn man das... Das könnte der Gelegenheit werden! Ah, ja. Und dann lauf ich da rein. Ja, Ball kommt. Darf nicht so ein Ball laufen. Aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Darf ich... Okay. Aber es war okay, eigentlich irgendwie der letzte Angriff. Meine Flanken auch irgendwie einen Abnehmer finden? Mal gucken, dass immer nur einer drauf geht, Dich 3. Bei was denn? Na, jetzt allgemein, wenn wir pressen, sind manchmal 3 Leute an einer Stelle. Obwohl da nur ein oder zwei Gegenspieler sind. Das war halt gucken, dass wir uns hier nicht gegenseitig über den Haufen rennen beim Zustellen. Weil dann fehlt woanders einer und dann haben sie ja wieder ihre Passmöglichkeiten. Dann machen wir die Lücken auf. Wir haben schon einen extrem engen Raum eigentlich. Das ist gar nicht so schlecht. Wir müssen halt nur auch die Pässe zustellen. Es kann weitergehen. Hier im Santiago Bernabéu legen wir los mit den zweiten 45 Minuten. Wieder da. Komm. Das könnte gefährlich werden. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. War das ein Schuss? Äh, nein, in die Tlocke. Entschuldigung, ich habe mich gerade schon gewundert. Ich bin auch gerade eben. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wird es jetzt gefährlich? Äh, wolltest du mit oder nicht? Äh, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ja hinten bleiben. Oh. Er nimmt ihm den Ball ab. Oh, der schießt. Ja, aber. Das kann doch auch mal einer so lucky reinigen. Du hast kurz überlegt, zu mir zu spielen, ne? Das war der Fehler, weil dadurch habe ich diesen Schritt nach unten gemacht. Ich komme ja nicht raus, so jetzt aber. Hängt auch an sie absichern, ne? Wie schnell ist es? Ja, komm, wir müssen kurz. Ja, vielleicht schnell, ja. Komisch. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch. Versucht mit dem Kopf. Ich bin verletzt. Ja, ich muss da. Keine Leistung bisher. Noch kann er alles. Komm, wir passen. Hey, beim Pflanken geben ist Bein gebrochen. Umcounted sich noch. Das wird die Chance werden. Umcounted. Stark. Komm, jetzt hier ist noch was drin. Jetzt müssen wir kämpfen und beißen. Ich bin wieder da. Bin wieder da. Klasse gespielt. Die Defensive steht. Der Lauf oben. Auch kann der nicht einfach zu Dennis springen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da. Boah, scheiße Zeit kommt immer her. Das gibt es doch nicht. So was vielleicht dann nochmal, wenn einer am Ölber steht, direkt nochmal ablegen und dann schießt der erst. Die haben beruhigt. Ja, sorry, Dad. Die habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mehr beachtet. Ich habe das aber jetzt auch nur bei der Dings gesehen. Hey, wann bist du außerhalb der Stadt ist? Ja, wenn ihr jetzt auch schon offensiv sind, dann sind beide auch aus. Hey, Garten, ne? Ich glaube, ich mache mal zu dir, Jonas. Ja, ich habe das. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, ihr habt ihr beide. Ich gehe wieder. Und heute können wir hier die Sensation erleben. Der Außenseite führt und es sind nur noch ein paar Minuten zu gehen. Das ist Fußball, das macht Fußball aus. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Okay. Nice. Cool. Ach, Mann. Ja, konntest aber nirgends für ihn spielen, man hat alle Glück. Ja, wahrscheinlich wollte ich lieber nach vorne, anstatt irgendwie dann weiß ich verlieren. Weiter geht es mit einem Einwurf. Jetzt müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn vom Ball. Was ist denn das, hey? Hast du deine Steuerung umgestellt irgendwie? Es geht ein, eigentlich nicht, aber es schaut so aus. Oder vielleicht mal auf alternativ oder so. Ihr habt die ganze Zeit nochmal gespielt. Hahaha. Ich habe ganz gespielt jetzt so. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Es sah so aus, als gäbe sie durch. Boah, geil. Und ich bin richtig ungeschollt. Mann, ich kann nicht hinlaufen zu dem Ball, ne? Der ist schon drin. Jetzt. Jo, jo. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ah, schade. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Vorwort. Ja. Und rot. Ja, oder blau, sorry. Pass, pass. Gut, Taiwan, nice. Das ist auch Linie. Jetzt hat er demnächst genug bleiben. Oh, ich kann mich annehmen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Schießt da hin rein. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Da steht die Abwehr sicher. Bin Ronaldinho. Ja, alles. Gutes Technik. Aufschluss. Alles gut. Ja, passt ihn auf den Flügel. Brauch. Bin zu lang, denn ich kann nicht mehr rennen. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Chance. Ja. Hast du diesen Typ? Hm. Hm. Werbsschuss, natürlich klasse, aber die Fahrerbereitung. Also in meinen Augen finde ich der ehrlich, der ist auch besser als Krieg. Ohne Scheiß. Hm. Ich bin echt besser. Er hat heute wirklich nicht der Besserung. Macht so viele Tore aus, so wenig Chancen. Vielleicht könnte ihn der Trainer sogar erlösen. Asue Koto. Jetzt wird's gefährlich. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Doch, ich sage mal, was ist denn das so, ey? Ich schieß doch gar nicht. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Bin dabei. Und jetzt die Chance. Mann, ey. Ah, das ist gut. Dünner Pass, Bumi. Bataabes. Oder? Nee. Nee, ich war nicht. Ah, okay. Das könnte die Chance werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen. Aber darauf können sie heute wohl nicht mehr hoffen. Das könnte schon die letzte Gelegenheit sein. Ja, ich glaube ich, ja. Ist aber bei mir eh egal. Das stimmt. Ja, ich nehme den Schuss aus dem Neger. Oder Maschine. Mach das Kurze dann einfach hier genau da, wo du jetzt stehst. Falls er reinläuft. Da zieht er ab. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Und rechts. Nee, grün. Grün. Das könnte gefährlich werden. Da trennt er ihn vom Ball. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Geh mal wieder raus. Gut aufgepasst. Der hat den Ball nicht geholfen. Oh, die Kaxsicke. Es gibt drei Minuten obendrauf. Wurde gerade angezeigt. Das sah gut aus bis hierhin. Aber jetzt hat er den Ball verloren. Wollte ich gerade unterlaufen, ey. Super gelöst. Den Ball hat er. Hofft. Ach komm halt doch mal deine Fresse ohne Schau. Das Foul wird natürlich ja... gleich mit linie alle jetzt waren auf geht's ja ganz klar aber wenn die kurz spüren bleiben wir stehen oder hat es noch mal zerstört leute ich muss aber auch meine freundin wartet warum habe ich jetzt noch geld bekommen eine kacke sie versuchen jetzt hier ein stück weit die zeit runter zu spielen was war das ging nicht hingelaufen hallo tavis leon weißt du mal wir waren besser was ist wir haben besser ja wir hatten mehr torschüsse alles aber hatten wir recht ja sieh gut aus sie lassen den ball laufen das Loch fehlt versuch's mit dem kopf da ist der torwart da gut gemacht wird das eine torchance und jetzt die chance ja und der letzten paar paar gehackte stück schon dass so gut ist v sieht man bei männer natürlich nicht Was ist? Das Foul hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen Beim Elfmeter Ja, naja Wenn FIFA das pfeift Mag ja da irgendwas dran gewesen sein Äh Äh Er hat ja nicht mal einen Zweikampf gemacht Er ist ja nur gelaufen